Diese zur Miete angebotene Verkaufsfläche liegt in Achim. 1930 wurde diese Ladenfläche erbaut. Auf einer Gesamtfläche von ca. 0 m² weist das Objekt eine Verkaufsfläche von ca. 114 m² auf. Die Mietkosten des Objekts belaufen sich auf monatlich 995 Euro. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen unter eingeblendetem Kontakt gern zur Verfügung. Lesere Hound once. Die Miete angeboten in der Tatante. Schnellen Sie die Miete angeboten.